In dieser Folge des Excel-Grundkurses erfahrt ihr mehr über Eingabe von Texten und Zahlen in Excel und über anschließende Korrekturen. Ich habe hier eine Excel-Datei mal vorbereitet und auf meinen Tabellenblättern sind hier ein paar Hinweise zu den Eingaben, auch von Texten, speziell von Texten, speziell von Zahlen, da diese dann auch als Zahlen formatiert werden können, und ein paar Limitierungen, die bei der Eingabe von Werten gelten und da mal gleich ein Fun-Fact hier. Ich hoffe, ihr werdet das nie benötigen. In jede einzelne Zelle hier, in jede einzelne dieser Zellen können über 32.000 Zeichen eingegeben werden, wenn eine Formel drin ist, ein bisschen weniger. Ja, also, das machen wir hoffentlich nicht. Ja, schauen wir uns hier mal das erste Tabellenblatt an. Die Eingabe in der Zelle. Ja, das heißt, ich klicke entweder in die Zelle rein, ich bin gerade in der Zelle A2, erkenne ich auch im Namenfeld, schreibe hier etwas ABC und muss das jetzt irgendwie bestätigen. Und da habe ich A, die Möglichkeit, die Enter-Taste zu drücken, die Eingabe-Taste, dann springe ich aber ein tiefer. So, ich gehe da nochmal hin und überschreibe das jetzt einfach. Ich schreibe mal DEF und ich könnte auch die Tabulator-Taste drücken. Die ist links neben dem Buchstaben Q und dann springt er nach rechts und arbeitet da weiter. Ich mag allerdings auch die Eingabe über die Tastenkombination STRG-ENTER. Und zwar schreibe ich hier jetzt mal ein bisschen Text rein, ein wenig Text und drücke STRG-ENTER. Damit bleibe ich nämlich in der Zelle und könnte jetzt anschließend noch weitere Aktionen ausführen, die Zelle oder die Schrift hier ein bisschen noch formatieren. Ja, also durch STRG-ENTER. Alternativ könnte auch das Häkchen da oben drücken. Ja, es gibt ziemlich viele Möglichkeiten. Die Eingabe in der Bearbeitungsleiste kann auch ganz komfortabel sein, weil die Bearbeitungsleiste, die kann man sich auch mal spontan ein wenig größer schalten, beziehungsweise sieht man da ja auch, was in der Zelle alles geschrieben ist. Man kann die auch höher fahren. Also man kann die auch, ich bin jetzt hier über dem Buchstaben K, man kann die ja sehr groß auffahren, dass man hier die meisten Inhalte, doch die in der Zelle drin sein sollten, sehen kann. Ja, wie kann ich nachher einen Text verändern? Ich kann doppelt draufklicken und dann, ja, muss ich hier entsprechend in der Zelle herumspringen. Ein Nachteil ist natürlich, wenn ich hier so viel rum reingeschrieben habe, ich sehe ja, in welcher Zelle steht denn mein Text? Und dann sehe ich hier, ah, die muss es sein, weil hier steht in der Bearbeitungsleiste dieser Text. Na, will ich aber hier was ändern, oft klickt man hier versehentlich hin, ich will hinter dem Wort Korrektur noch was einfügen, klicke doppelt, das ist die Nachbarzelle. Also, drauf achten, die richtige Zelle zu erwischen. Und dann kann man neben einem Doppelklick hier rein, natürlich in der Bearbeitungsleiste arbeiten, oder die Taste F2 drücken, F2 ist ja wirklich prima, mit F2 stelle ich mich in die Zelle und kann jetzt auch die Pfeiltasten nutzen, um in der Zelle nach links und rechts zu fahren. Wenn ich allerdings, ja, nach unten fahre, bin ich ganz hinten, wenn ich nach oben fahre, bin ich ganz vorne. Und, ja, dann kann ich entsprechend Enter, Steuerung, Enter drücken, um hier wieder rauszuspringen. Also F2 und die Pfeiltasten, links, rechts, einzelne Buchstaben, ganz nach vorne springen mit Pfeiltaste hoch. Hätte ich hier natürlich eine mehrzeilige Eingabe gehabt, hätte ich da auch natürlich springen können. Wenn man feststellt, man überschreibt was, ich stehe jetzt hier auf mein bisschen Text und da überschreibe ich jetzt versehentlich ein wenig was, also ich schreibe mal meinen Namen und denke mir, oh, das wollte ich doch gar nicht überschreiben. Dann kann ich hier das X-Symbol drücken, abbrechen, beziehungsweise die Escape-Taste. Sollte ich aber doch überschrieben haben, sollte ich doch überschrieben haben und Enter gedrückt haben, steht mir, ja, die Möglichkeit über den Schalter rückgängig, also einem der wichtigsten Schalter im ganzen Excel, ja, steht mir die Möglichkeit offen, direkt diese Aktion sofort rückgängig zu machen. Also nicht erst groß noch andere Dinge tun, sondern direkt auf rückgängig klicken. Das ist auch die Tastenkombination, Steuerung Z. Ja, und eine Sache, die ärgert mich eigentlich immer wieder, wenn ich irgendwoher was kopiere, zum Beispiel hier von dieser Microsoft-Webseite, hier so ein bisschen Text, ja, ich kopiere mir den, sind jetzt mal zwei Zeilen, drück nach Steuerung C, gehe hier auf meine Zelle, drück Steuerung V, dann kopiert er das im, ja, Format, wie es geliefert wurde, von der Webseite hier rein. Und dieses Format, so kleine Schriften und so, das ist natürlich nicht optimal. Also ich könnte dann, ich gehe mal auf eine andere Zelle, einfach in die Bearbeitungsleiste gehen und dann dort Steuerung V drücken, das dann hier einfügen. Dann wird es zumindest in der Standardformatierung gezogen. Also hier ist jetzt auch, wie ich oben erkennen kann, der Zeilenumbruch aktiv, der Textumbruch. Und den schalte ich auch mal aus, also der hat ja hier jetzt gerade mehrzeilig geschrieben. Ja, und dann kann ich an die gewünschte Stelle natürlich gehen und da dann auch noch einen Zeilenwechsel einfügen. Wenn ich mir das mal angucke, hier, na, ah, der Zeilenwechsel wäre mit drin gewesen. Die Spalte war nur nicht breit genug. Das können wir uns ja noch mal angucken. Also ich schalte den Zeilenwechsel nochmal ein, den Textumbruch. Ich habe also erkannt, die Spalte ist nicht breit genug, weil hier oben in der Bearbeitungsleiste sieht doch alles vernünftig aus. Ich mache die Spalte mal ein bisschen breiter. Dann erkenne ich auch, dass der Text genau an den gewünschten Stellen umgebrochen wird. Jetzt kann ich noch die Zeile ein bisschen, ja, schlanker machen. Ich klicke mal doppelt auf die Zeilenhöhen hier da, die Linien zwischen den Zeilen, Nummerierungen doppelt drauf. Wenn ich die ein bisschen höher mache, doppelt drauf, dann gibt es die optimale Zeilenhöhe. Also, ist doch besser als hier oben. Ja, also wenn ich mir das mal im Vergleich anschaue, ich schalte das hier auch mal ein. Denn, ja, das hier ist nicht mitgeliefert worden durchs Reinkopieren. Das kommt nur über die Bearbeitungsleiste. Ja, also da habe ich Vorteile. So, die Eingaben und Korrekturen, die muss ich halt irgendwie sauber natürlich machen. Und wenn ich oft das Gleiche eingeben muss, kann ich auch den direkten Bereich eingeben. Und wenn ich Enter drücke und meine Eingaben mache, bleibe ich in dem Bereich, drücke immer die Eingabetaste. Und wenn ich unten angekommen bin, geht es hier an der nächsten Stelle weiter. Das Gleiche gilt mit der Tabulator-Taste. Dann geht es immer von links nach rechts. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Text abtippen müsst, vorher den Bereich markieren und dann eure Eingaben machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier schreibe, Moment, ich drücke mal ein bisschen, wenn ich jetzt hier schreibe, Ort, Tab, Wert, Tab, Ham, Tab, 1900, Enter, habe ich jetzt mal gedrückt. Wenn ich die Pfeiltasten benutze, ist die Markierung sofort weg. Also, mit sauberer Eingabe, mit Markieren und dann Tab und Enter drücken, kann ich auch in einem größeren Bereich ganz komfortabel Eingaben machen. Ja, schauen wir mal auf die Eingabe von Texten. Normaler Text steht immer unten links, ja, links unten. Das heißt, wenn ich Enter drücke, steht der, auch wenn die Zeile ein bisschen höher ist, immer links unten, ja, per Standard. Ich sehe das Format der Zelle steht oben auf Standard. Wenn ich aber ein bisschen mehr schreiben möchte, mehrzeilig schreiben möchte, vielleicht habe ich vor, einen Namen zu schreiben, ein Anschriftenfeld und ich habe die Zeile schon ein bisschen höher gemacht, dann kann ich auch tippen, zum Beispiel Andreas Theos, jetzt die E-Mail-Adresse gleich hinterher. Ich drücke jetzt mal Alt-Enter, das ist der Zeilenumbruch, den ich, ja, direkt machen kann. Ich stehe nicht in Zeile 5, das sieht nur so aus. Und jetzt schreibe ich hier mal eine Mail-Adresse von mir hin, andreas.at-excel.de und drücke jetzt mal Enter. Und dann habe ich hier mehrzeilig in der Zelle geschrieben und hier, ich sehe dieses Alt-Enter nicht, ne, das ist aber hier hinter. Das kann ich jetzt hier auch mit der Entfernen-Taste rausnehmen, jetzt steht sie da hintereinander. So, ja, Texte können querbeet formatiert werden. Das ist bei Texten möglich, dass ich also mitten in den Text reingehe, ich klicke mal doppelt rein, markiere mal das Wort durch einen Doppelklick und dann kann ich eins der Wörter halt rot färben, das andere Wort, ach, guckt mal, da markiere ich nochmal, da sehe ich dann so eine Mini-Symbolleiste in der Formatierung, kann dann hier mitten in der Zelle unterschiedlich formatieren. Das geht nur bei Texten, das geht nicht bei Zahlen. Also, falls eine ganze Zelle als Zahlenzelle formatiert ist. Ne, querbeet formatieren. So, wenn ich eine Zahl eingebe und da steht eine Null voran oder zwei Nullen, dann denkt sich Excel, was soll ich denn mit diesen Nullen und macht die weg. Also, der versucht mitzudenken und das könnt ihr durch ein vorangestelltes Hochkomma, das findet ihr bei dem Hashtag-Zeichen hier, bei diesem Raute-Zeichen, Großschreibtaste, ja, Hochkomma, und dann gebt ihr die Zahlen ein, die ihr schreiben wollt und damit sagt ihr dem System, Excel, hör mal auf zu denken, mach daraus keine Zahl, nimm meine Eingabe so, wie ich sie mache und dann könnt ihr nämlich auch, das mache ich mal, ich klicke mal hier doppelt hin, dann könnt ihr auch zum Beispiel das Plus-Zeichen vornheran eingeben, ohne dass er rechnen möchte, ihr könnt das Gleichzeichen verwenden, ohne dass Excel rechnen möchte, weil hätte ich das nicht gemacht, hätte Excel jetzt an dieser Stelle stattdessen die Zahl 2 stehen. Ja, ärgerlich, aber es ist so, wenn man Zahlen in Kombination mit Einheiten eingibt, erlaubt er das zum Beispiel bei Kilometer nicht, also wenn ich mal schreibe 10 Zentimeter, so, dann, ja gut, das ist jetzt klein natürlich im Vergleich zu Kilometer, aber wenn ich das so eingebe, ich sehe schon, da steht links und links heißt, ja, wurde als Text erkannt, ich darf jetzt nicht einfach irgendwelche Zahlen eingeben und dann eine Einheit dahinter, wie zum Beispiel KMH oder so, das wird einfach als Text erkannt, damit kann ich nicht rechnen. So, Texte werden nur so lange in einer Zelle angezeigt, wie in der Nachbarzelle nichts steht, das sieht doch so verlockend aus, also hier steht was und hier steht noch nichts, da gehe ich mal hin, ich kann ja in diese Zelle hier mich reinstellen und schreibe mal hier Hallo rein und ich bin in der Zelle E17, schreibe Hallo, bestätige mal mit Enter, jetzt ist der Text natürlich noch hier drin, das sehe ich in der Bearbeitungsleiste, allerdings, da die Zelle ja einen Inhalt hat, ist die wichtiger und dann wird der Text natürlich hier von dieser Zelle gezeigt, drücke ich Entfernen, ist hier wieder alles drin, also irgendwo muss der Text halt hier untergebracht werden und da ja 32.000 noch was Zeichen in eine Zelle reinkommen, wird immer, wenn was drin steht, das den Vorrang haben. So, Schriftarten können in der Zelle gemischt werden, das geht auch nur bei Texten, das hatten wir gerade bei den Formaten, ja auch, bei den Formaten hier, das gilt genauso für Schriftarten. Zahlen, was ist denn mit Zahlen los? Wenn ich Zahlen eintippe, reine Zahlen, dann werden die als Zahlen erkannt und stehen rechts in der Zelle, auch unten dann, aber stehen dann rechts, also Texte links, Zahlen rechts. Wenn ich hier mir die Zelle mal anschaue, diese 120.000, vielleicht Jahreseinkommen, dann sehe ich hier die Zahl formatiert in der Zelle, das heißt, die Zahl und der Inhalt, also der Inhalt, was ich da reingetippt habe und das Format, das sind eigentlich zwei getrennte Dinge, weil hier oben sehe ich lediglich den Inhalt, ich sehe die 120.000, in der Zelle sehe ich es aber formatiert, also da oben ist immer blank der Inhalt, das ist natürlich wichtig dann bei Datumswerten, da sehe ich dann das Datum auch, aber hier unten dann das entsprechende Format. Ist eine Spalte zu klein? Wenn ich fahre mal die Maus drauf, dann sehe ich so Sperrzeichen, diese Sperrfelder, Raute, Hashtag-Symbole, nicht, dass er mir versehentlich, ich schneide mal eine Zahl ab, dass er mir da die Zahl nicht komplett anzeigt, ja, auch bei einem Datum wäre das so. Ich drücke mal hier, Steuerungstaste und Punkt, damit trägt man, zack, das heutige Datum ein, ja, und wenn ich das jetzt mal ein bisschen kleiner mache, die Spalte, zu klein, dann sagt er, also bevor ich da was Falsches anzeige, dann zeige ich doch lieber gar nichts an und zeige einfach, die Spalte ist zu schmal, also ganz wichtig, bei zu schmalen Spalten, ja, lieber gar nichts anzeigen, man sieht es ja mit der Maus, aber ist schon besser, dass man da nicht eine falsche Zahl ausdruckt oder so, weil die halt aus Platzgründen nicht dargestellt werden kann. Ja, vorhin haben wir gesehen, Kilometer oder so darf man nicht eintragen, aber so ein paar Dinge darf man schon eintragen, und zwar hier zum Beispiel den Tausender-Trennpunkt, also wenn ich eine Zahl eingebe, im Deutschen haben wir ja den Tausender-Trennpunkt, ich schreibe mal 10 Millionen, und da kann man die Punkte setzen, der Vorteil ist dann, ich sehe ja in der Bearbeitungsleiste ist dieser Tausender-Trennpunkt gerade nicht drin, wenn ich jetzt eine andere Zahl einschreibe, zum Beispiel die 8000, dann gilt hier noch das Format, hier gilt jetzt noch der Tausender-Trennpunkt, und jetzt habe ich auch gesehen, Moment mal, da stellt er automatisch das Format von Standard auf Zahl um, hier habe ich mal den Punkt eingegeben für ein Datum, ja, dann stellt er automatisch oben auf Datum um, genau das gleiche bei den Prozenten und bei der Eingabe eines Euro-Symbols. Das Dollar ist, weil ich das Ganze auf Deutsch eingestellt habe, mit Euro als Währung, das Ganze ist mit dem Dollar nicht möglich, das wird dann entsprechend als Text interpretiert. Ja, also so ein paar Symbole dürfen schon eingegeben werden. Haben wir gerade gesehen, überflüssige Symbole werden direkt entfernt, also das haben wir ja gerade gesehen mit der führenden 0, macht er das raus, aber auch wenn ich zum Beispiel 6,50 eingebe, dann macht er da 6,5 raus. Ja, also gebe ich eine Zahl ein, gebe mir echt Mühe, die 6,000 einzuschreiben, dann macht er mir daraus eine 6, nach dem Motto, hast du doch keinen Informationsverlust und die Zahl ist halt im Standard formatiert, ohne überflüssige, ja, Elemente. Ich habe hier nur 15 Stellen Genauigkeit bei Zahlen, und zwar habe ich hier mal eingegeben, 1, ja, hier sind 20 Stellen, ups, da habe ich mich einmal verdanen, so, da trage ich noch eine 1 ein. Ich gebe hier mal ein, Moment, das mache ich doch mal ganz frisch. Ich gebe hier genau diese Zahl ein. Das sind hier 10 Stellen, 20 Stellen, und ich drücke mal Enter, und die Zahl wird nur auf 15 Stellen genau angezeigt. 15 Stellen, und der Rest wird genullt. Das gilt weit vor dem Komma, das gilt aber auch hinter dem Komma, das heißt, erst kommen Nullen, und dann geht es mal irgendwann los. Diese ganzen Limitierungen auf 15 Stellen in der normalen, menschlichen Praxis wird es vielleicht keine Auswirkungen haben. Schickt man aber allerdings einen Satelliten zum Mars, ja, da wird es dann schon kritisch. Also bei solchen Berechnungen müssen wir genauer arbeiten. Ja, manchmal ist es auch doof, dass man direkt Formatierung hat. Hat man zum Beispiel statt 6,6, das mache ich mal hier, 6,6 gebe ich 6.6 ein, und das System formatiert das sofort in ein Datum des aktuellen Jahres. Das ist also hier der 6.6.2020. Und wenn ich da die Entfernen-Taste drücke, und jetzt was reinschreibe, zum Beispiel hier die Zahl, sagen wir mal 70.000, dann schreibt er 25. August im Jahre 2021. Mal gucken, ob wir es neu erleben. Und ja, ich habe hier durch meine Punkteingabe das Ganze als Datum formatiert. Ein einfaches Löschen löscht immer nur die Inhalte. Entfernen drücken, löscht nur die Inhalte. Will ich auch die Formatierung löschen, klicke ich oben auf das Radiergummi. Dieses Radiergummi befindet sich in der Registerkarte im Register Start hier oben. Dort in der Gruppe Bearbeiten und dort steht das Radiergummi löschen. Dort gibt es Formate löschen. Und damit könnt ihr so eine Zelle auch wieder sauber machen. Das habe ich hier mal reingeschrieben. Die Formate einer Zelle können über die Schaltfläche löschen, entfernt werden, aber nicht nur die Formate, auch nur die Inhalte oder auch Kommentare oder Hyperlinks, die da drin sind. Ja, die kann man mit dem Radiergummi hier entfernen. Zahlen müssen, das ist der nächste Punkt hier. Zahlen müssen einheitlich sein. Also ich kann nicht sagen, ich mache hier eine Zahl fertig. Ja, eine schöne Zahl. Vielleicht als Minuszahl. Ja, und ich formatiere die mal als Euro. Ich drücke mal die Steuerungstaste, die Großschreibtaste und die Zahl 4. Da ist auch das Dollarzeichen dran. Zack. Und dann wird das Minus gefärbt. Positive Zahlen sind dann schwarz. Negative Zahlen macht er rot. Ich kann jetzt aber nicht formatieren. Macht nur ein Teil der Zahl rot. Den anderen Teil lässt er schwarz. Ja, bei Zellformaten für Zahlen gilt immer das volle Format. Da kann ich nicht abwechselnd mal Fett oder so machen. Ja, das ist hier einheitlich. Also die Eingabe von Texten. Da sind wir relativ frei. Aber damit kann man nicht rechnen. Bei Zahlen ist er dann schon ein bisschen, ja, zickig und erlaubt dann nur ein Format. Und natürlich gibt es dann noch die Eingabe von Formeln. Aber das gucken wir uns dann später an. Hier noch ein, zwei Limitierungen. Also so viele Zeichen pro Zelle haben wir gesehen. So viele Zeichen, wenn da eine Formel drin ist. Ich darf bis zu 254 Zeilen bewusst eingeben. Also da sind eine ganze Menge Zeilen, die man dann in so einer Zelle hätte. Und ja, 100 Aktionen, also rückgängig machen. 100 Aktionen rückgängig. 1, 2, 3 und so weiter. Beziehungsweise habe ich zu viel rückgängig gemacht. Kann ich auch wieder auf Wiederholen klicken. Dann wird der zuletzt rückgängig gemachte Schritt auch wieder rückgängig gemacht. Also hier oben kann man auch reingucken. Da sind die ganzen Aktionen von gerade drin. Und ja, da haben wir jetzt eine ganze Menge gesehen. Wenn ihr hier diese Datei auch haben möchtet, unterhalb des Videos wird irgendwo ein Verweis stehen, wie ihr an diese Datei herankommt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.